Willkommen bei einem weiteren Video zu Crusader Kings 3 Roads to Power. Diesmal geht es um die Verwaltungsregierung, die neu eingeführt worden ist mit dem DLC. Sie bietet einiges und auch ziemlich coole Feature, die allerdings etwas verpackt sind und manchmal etwas überwältigend wirken können, gerade für neue Spieler, aber auch ehrlich gesagt für Veteranen. Deswegen will ich in diesem Video einmal auf die verschiedenen Punkte eingehen, grob zusammenfassen, wie man denn mit dieser Regierung arbeiten kann, was so die Vor- und Nachteile sind, was aber auch die wirklichen Highlights sind und weswegen ich denke, dass diese Regierung einen sehr guten Platz auch bei den anderen drei Regierungen gefunden hat, also Stamm, Beudal und Clan. Beginnen wir mit etwas Grundsätzlichem. Wenn ihr das Spiel startet, könnt ihr in jedem Zeitalter 867, 1066 oder 1178 in der Verwaltung spielen. Allerdings gibt es natürlich nur eine Position, die automatisch eine Verwaltungsregierung hat. Und das zu sehen könnt ihr einfach hier unten auf Crus gehen, geht auf das Regierungssymbol hier oder drückt SCRGQ und dann könnt ihr erkennen, wo welche Dinge zu finden sind. Und ihr seht schon, Verwaltung findet ihr nur im Byzantinischen Reich. Also im Oströmischen Reich. Das ist natürlich auch so gedacht. Der Flavor soll eben hauptsächlich daher kommen. Wichtig ist eben dabei, dass ihr aber die Möglichkeit habt, verschiedene andere Regierungen automatisch auf Verwaltung umzustellen. Und, da kommen wir aber gleich auch nochmal zu, ihr könnt die Regierung auch selber im Spiel annehmen. Wenn wir erstmal hier in die Spielparameter hinein, dann erkennen wir, dass wir hier unten eine Liste haben von verschiedenen Reichen, die automatisch von Paradox als erdacht sind, dass sie auch als Verwaltungsreich gespielt werden können. Wir sehen hier Ägypten, das Arabische Reich, Ghana, Kabulistan, Persien, Maghreb, Tamilakam, die Praolinger und ja, wir können selber auch immer uns als Spieler jedes Reich eigentlich ins Verwaltungsreich setzen. Dann kommen wir schon zum ersten Punkt. Ihr könnt hier aussuchen, was ihr wollt. Ihr könnt ja auch, wie gesagt, euch jedes Reich als Verwaltung hinsetzen. Diese, die vorgeschlagen sind, klappen auch gut außer, und jetzt kommt der große Punkt, wenn wir uns jetzt schon mal Ghana anschauen. Und Ghana liegt hier unten in diesem Bereich. Und ihr seht schon, da ist eine Stammesregierung. Man kann schon mal direkt sagen, Verwaltungsregierung funktioniert nicht. Wenn ihr eine Stammesregierung seid, Stammesgebäuden, und dann euch zur Verwaltungsregierung ummünzt, also die Entscheidung trefft, das funktioniert nicht. Das können wir exzellent hier am Maghreb sehen. Das haben wir im Stream gespielt. Und wir erkennen hier Folgendes. Wir haben hier zum Beispiel Tahir, das Königreich. Ihr seht, es hat Truppen, es hat auch Sondertruppen, es kann auch unsere Kriegsvolktruppen mitnehmen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Sus annehmen, dann sehen wir zwei Truppen. Diese Person hat gar keine Aufgebote, keiner der Militär, außer die zwei Ritter. Und das war's. Diese Person hat nichts. Und das liegt halt daran, weil diese Person selber ein Verwaltungsreich ist, wie es hier steht, verwalterisches Stadthaltertum. Aber seine Gebiete sind alle noch Stammesgebiete. Macht diesen Fehler niemals. Geht niemals dahin und sagt, ich mache einen Stamm als Verwaltung. Wenn ihr selber da sitzt, seid ihr gefangen. Ghana hätte gar keine militärische Kraft, würde komplett zerpflückt werden. Und auch ihr, wenn ihr Verwaltungsreich annehmen würdet als Stamm, hättet keine Chance zu überleben. Aber theoretisch könnt ihr alles hier einstellen, wie es euch beliebt. Denkt nur eben dran, Stämme können nicht verwalterisch sein. Die müssen erst feudalisiert werden, also die Gebiete feudalisiert werden. Das ist wichtig, die Gebiete müssen feudalisiert werden, damit ihr auch wirklich Verwaltung spielen könnt. Seid ihr dann einmal in einem Verwaltungsrecht drin, dann wird auf einmal euer Menü wesentlich größer, wenn ihr irgendeinen Charakter andreht. Denn wenn ihr hier seht, wir haben schon alleine bei uns selber Kandidatur lenken, Machtausdehnung und fördern. Das sind verschiedene Dinge, die wir nutzen können, um unsere Stellung zu erhöhen und verschiedene Titel an uns zu reißen. Wir sind jetzt schon Kaiser. Das heißt, dieses Kandidatur lenken können wir vor allen Dingen für eine Sache machen, nämlich für die Nachfolge. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den ich mitnehmen will. Denn ihr habt, wenn ihr das Verwaltungsreich einigermaßen gut geregelt bekommt, ob jetzt eben in den kleinen Herzogtümern, wozu wir gleich noch kommen, oder eben als Kaiser, die Möglichkeit, ein primogenes Tourreich aufzusetzen, und zwar schon 867. Ihr braucht dafür keine Live-Forschung oder sonst etwas. Ihr müsst nur euren politischen Einfluss, den ihr oben als neue Ressource habt, so weit nutzen, dass ihr euren gewünschten Erben immer an die erste Stelle in Nachfolge setzt. Denn die Nachfolge beim administrativen Reich ist niemals einfach. Irgendeine Primogenitur, Senex, Bundteilung, Erbteilung oder irgendetwas anderes. Warum spreche ich trotzdem von Primogenitur? Ganz einfach, ihr habt hier immer einen Kandidaten-Wahlmodus, und diesen Kandidaten-Wahlmodus könnt ihr beeinflussen. Mit der Menge Einfluss, die wir jetzt haben, geht das natürlich total einfach. Denkt daran, am Anfang habt ihr weniger. Wenn ihr gerade als Graf startet, solltet ihr euch ja erstmal um ein Herzogtum bemühen, das Herzogtum halten und da schon, dass die Nachfolge geregelt ist. Das könnt ihr dann immer weiter aufbauen, euer Einfluss wird immer höher, und ihr könnt dementsprechend auch mehr eure Nachfolger bestimmen. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal hier unser Sohn, den würde ich hier gerne einsetzen, und es sind noch zwei andere Halbbrüder oder Geschwister von mir vor, oder andere Kandidaten, dann müsste ich jetzt erstmal gucken, dass diese Person nach vorne kommt. Und wie wir eben schon bei uns gesehen haben, gibt es diese Kandidatur-Lenke. Ganz einfach, ihr drückt hier drauf, ihr findet jeweils den Titel, den ihr gerade lenken wollt, und bei uns wäre das jetzt das Großer hier, und dann könnt ihr hier eingeben, okay, was möchte ich tun? Wenn wir dieses Menü jetzt nochmal größer machen, dann sehen wir hier, wir haben verschiedene Sachen, wir können seinen Abzug geben, das heißt, diese Person ist schlechter geeignet dafür. Das wäre jetzt zum Beispiel bei unserem Bruder der Fall, so dass er weniger weit oben steht mit seiner Eignung, zur Eignung kommen wir auch gleich noch, oder eben, wir geben unserem Kind, was wir als unseren Nachfolger haben wollen, den meisten Einfluss, so dass er in die ersten Positionen kommt. Und dann können wir Kandidatur lenken gehen, und schon seht ihr, unser neuer Erbe ist ab jetzt Usmir-Ergebenheit, also unser Kind, das wir am liebsten haben. Das Kind kann halt die besten Traits haben, kann die beste Ausbildung haben, also ganz nach eurem Belieben, was ihr am besten fandet. Weiterhin zur Kandidatur gibt es ein paar Sachen, die man da beachten muss. Die Akklamationsnachfolge geht immer daran, wie geeignet ist der, wie hoch ist der Stand der Adelsfamilie, und welche Ansprüche habe ich auf Titel. Wenn wir zum Beispiel bei unserem Sohn oder auch bei unseren anderen Verwandten hier gucken, merkt man schon, ich habe das Reich hier komplett in unsere Hand gegeben. Das heißt, alle unsere Familienmitglieder haben extrem hohe Werte, wenn es darum geht, Nachfolge für Maghreb zu regeln. Was keine andere Familie ist hier, das könnt ihr nur machen, wenn ihr das Reich von klein auf mit aufbaut. Mit Zand sähe das hier wesentlich chaotischer aus, da ihr eben ganz viele verschiedene Familien habt, die da mitmischen würden. Bei Maghreb waren es halt zwei, drei Familien, und ich habe meine Familie relativ schnell einsetzen können. Aber bei der Wertung seht ihr schon mal unten, verschiedenste Punkte, die man mit einbrechen muss. Zum Beispiel die Werte. Wie gut ein Kind oder eben vor allem Erwachsene, da ist ein ganz wichtiger Punkt, Kinder, das heißt unter, ich glaube, zwölf Jahren, könnt ihr nicht in der Nachfolge einsetzen. Wenn ihr also vorher sterbt, ohne euer Wunschkind so weit nach vorne zu bringen, dann habt ihr Pech gehabt. Dann wird jemand anders an die Macht kommen. Es ist nochmal eure Familie, könnt ihr natürlich nur immer als Erben spielen und weiterhin da vorgehen. Das heißt, ihr seid trotzdem in, nicht primogenitur, aber in einer Single-Erbe-Situation. Das ist schon ganz gut. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr euer Lieblingskind da haben wollt, dann muss es schon ein gewisses Alter erreicht haben. Dann sehen wir halt einfach die Werte, wie gut er in unterschiedlichen Dingen ist. Dann geht es einfach um die fünf Hauptwerte, die müssen hier vor gut sein. Vor allen Dingen kann ich als Erfahrung sagen, Verwaltung, Ränkelspiel extrem stark, Bildung dann natürlich auch. Aber einfach die Summe aller Werte sollte schon mal hoch sein. Dann bekommt ihr hier einen hohen Wert. Selbst das Kind hier hat schon 116 Werte. Ihr erkennt aber auch, dass die nicht gerade mögen, wenn Kinder das machen, heranwachsen. Es gibt immer eine schlechte Ereignung. Wie gesagt, unter einem gewissen Wert, ich glaube bis zwölf, könnt ihr euch gar nicht erst hier anmelden. Dann kommt die Einflussstufe. Wie hoch ist unsere Einflussstufe in diesem Charakter, beziehungsweise bei uns in der Familie. Und er ist dadurch, dass er halt schon mit uns verwandt ist, sehr hoch in der Stufe. Der Einfluss oben rechts vererbt sich nämlich auch zu Teilen. Teile kann man auch durch gewisse Anwesensgebäude verstärken. Dann haben wir das älteste Kaiserkind und dadurch ist es sehr hoch gesetzt. Ihr kennt es schon sehr weit oben. Heißt, wollt ihr den Kaiser stürzen und einen anderen Kaiser einsetzen, müsst ihr natürlich solche Mali, für die Kinder sind es halt Boni, ausgleichen, sodass euer Kind auch wirklich nach vorne kommt oder euer Spieler gerade nach vorne kommt. Dann haben wir noch den Vormund, der Punkte hier gibt, vor allem aber da unten, was ich eben meinte, die Familienmachtwertung. Die Familienmachtmärkung ist ein Maß dafür, wie einflussreich eine mächtige Familie ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Wertung einer Familie zu erhöhen, Hauptausschlag geben, ist aber die Zahl gehaltener Stadthaltertümer. Ein Haus müsste eine Werte von mindestens 40 haben, um als mächtig zu gelten. Das ist ein ganz wichtiger Fakt hier unten mit diesen 40, da kommen wir auch gleich dazu. Und ihr seht natürlich, unsere Familienmachtwertung ist hier einfach jenseits von gut und böse, denn alle eigentlich Sachen, die wir hier haben, alle Herzogtümer, alle Stadthaltertümer gehören uns und dadurch haben wir uns, unsere Familie hier für immer gesichert und damit haben wir, egal ob wir sterben früh oder sonst was, eigentlich immer ein Erben, der unserer Familie zugehörig ist und den wir dann mitnehmen können. Und unten seht ihr Investitionen, das ist das, was wir eben hinzugegeben haben. Wenn wir Punkte an und Einfluss eingeben, um die Person nach vorne zu schleudern, dann kommt das hier unten als Wert an. Wir können das jederzeit eigentlich machen, solange wir Einfluss haben, was extrem stark ist. Ihr könnt also nochmal Punkte dazugeben und ihr könntet jetzt auch nochmal Punkte dazugeben. Am Anfang, wie gesagt, seid ihr niemals so nicht, so viel Einfluss haben und ihr seht, die Kosten steigen natürlich auch. Die Person ist jetzt schon 200 Punkte vor der nächsten und damit hätten wir unser Kind eigentlich in die Macht eingesetzt. Das ist die Nachfolge hier. Wie gesagt, Akklamationsnachfolge, wunderbarer Name. Alle können hier mit rein, ist auch gleichberechtigt, deswegen, weil wir unsere Religion gleichberechtigt haben, habt ihr so Gleichberechtigungen drin, können auch die Frauen hier nachfolgen oder Männer in eine andere Richtung. Sehr, sehr coole Mechanismus, direkt Primogenitur haben, ihr könnt unendlich Kinder zeugen, es ist komplett egal für Kinder, ihr werdet immer einen Erben, wenn ihr es geschickt gemacht habt, einsetzen können. Und im schlimmsten Fall könnt ihr ja auch einen Erben nicht für das Kaisersreich, was nicht unbedingt immer sein muss. Ihr müsst hier nicht immer Herrscher sein, sondern für zum Beispiel ein Herzogtum eurer Wahl auch aufstellen. Das trage ich jetzt in meinem Beispiel einfach mal fest, was ich mir als Stadthaltertum der Herzogsstufe gewählt habe. Das Kaisersreich ist an sich einfach nur der Herrschertitel auf höchster Stufe. Wichtig sind ja wie immer eure Besitztümer. Was interessiert mich der Kaisertitel? Solange ich hier die wichtigen Besitztümer habe, die ich ausgebaut habe, ist es das Entscheidende. Und hier ist wichtig, hier könnt ihr Kinder gar nicht in irgendeiner Form in dieses Herzogtum hineinsetzen. Also hier ist noch mal wichtiger, dass die Kinder erst mal erwachsen werden. Ihr könnt erst, wenn das Kind hier erwachsen ist, könnt ihr auch wirklich Punkte hineingeben. Ihr könnt jetzt momentan eigentlich nur die Kandidatur von den anderen Personen herabsetzen. Wir müssen also gucken, dass unser Kind hier erwachsen wird, wenn wir beides in eben unsere Erbehand geben wollen. Sonst kann es eben passieren, dass wir einzelne Sachen verlieren. Und diese Herzogtümer sind nämlich sehr wichtig, die sind nämlich Themen. Und diese Themen sind eigentlich nichts anderes als dieses Stadthalter-Tum. Und dieses Stadthalter-Tum könnt ihr immer rechts hier in diesem Verwaltungsregierung-Tab sehen. Dieser Tab kommt nur, wenn ihr ein Verwaltungsreich seid. Und wenn ihr hier reinschaut, seht ihr schon, da sind einige von diesen Themen, zugewiesene Themen, heißt eigentlich nichts anderes als zugewiesene Herzogtümer. Ja, jedes Herzogtum könnt ihr irgendjemandem zuweisen, der kriegt dann direkt dieses Thema und wirkt dann direkt Stadthalter. Und ihr kennt, je größer das wirkt, desto mehr gibt es halt hier. Und zum Beispiel könnt ihr jetzt sehen, dass dieses Zeus, was ich euch eben gezeigt habe, extrem schwach natürlich ist, weil es eben keine Truppen hat, gar nichts an Geld hinzuweist. Und dann könnt ihr auch sehen, wer da die Nachfolge hat. Das könnt ihr bei jedem Einzelstadthalter-Tum sehen. Dann kommen wir auch schon zu einem etwas wieder negativeren Ding, denn cool ist natürlich, ihr könnt eure Nachfolge perfekt regeln, wenn ihr es geschickt macht, mit dem Einfluss. Könnt die Leute hier auch schmähen und eben die Kandidatur lenken. Könnt Ernennungsunterstützung auch erbeten, dass diese Person zum Beispiel auch sagt, okay, ich möchte meinen Utzmir, den ich jetzt finden müsste, könntest du mir da vielleicht unter die Arme greifen, nehmen wir jetzt einfach mal irgendjemand anders. Und dann bei dem jeweiligen Emirat, was ich halt haben will oder beim Kaiserreich, dann könnt ihr, wenn ihr euch mag, auch hier die Punkte mit eingeben. Und wenn ihr jetzt hier draufklickt, seht ihr immer direkt diese Aktionen sehen. Ihr könnt die Verwaltung hier anpassen. Ihr könnt oben die Vasallenanweisungen geben, zum Beispiel rekrutieren wir jetzt Kriegsvölker. Ihr könnt Entwicklung verbessern und andere Dinge, wie ihr sehen könnt. Ihr könnt jedes eines von diesen Themen anklicken und seht immer oben, was sind die verschiedenen Optionen, die ihr habt. Ihr könnt die Ernennung auch aberkennen. Das seht ihr wie beim Aperkennen von Titeln. Würde er annehmen oder nicht? Wenn nicht, dann würde er natürlich sich erheben und Krieg gegen euch führen. Das kennen wir ja mittlerweile auch. Ihr habt das hier übersichtlich in diesem Menü dann da drin. Wenn ihr nicht Kaiser seid, ja, dann seht ihr ja trotzdem alle Themen, die es gibt und wie gut deren Verwaltungskraft ist. Was ihr hier unten in dieser Stadthalter-Effizienz seht. Und ihr könnt auch sehen, welche Leute das jeweils regieren, wer da jeweils wichtig ist, wer da gerade eine Rolle spielt und welcher von den Personen vor allen Dingen auch dann recht mächtig ist. Und ihr seht auch hier zum Beispiel, die sind nicht besetzt, weil ich da noch keinen eingesetzt habe. Ergänzend dazu kann man sagen, dass diese Symbole, ob sie rot oder grün sind, bedeuten, dass irgendwelche Nachfolgekandidaten gesichert sind. Das heißt, ich habe diese Kandidaten auch eingesetzt beziehungsweise die sind auch konform zu unserer Nachfolge. Das ist gut, denn dann müsst ihr selber nicht diesen Titel wieder vergeben. Jedes Mal, wenn hier ein rotes Symbol ist und das seht ihr sehr oft, dann müsst ihr diese Themen wieder an irgendwelche anderen Personen abgeben, was sehr lästig sein kann. Ihr seht nämlich, wir sind einfach zu gut in unseren Werten, als dass jemand anders dieses Thema bekommen könnte, weil keine geeigneten Kandidaten da sind. Was ihr dagegen machen könnt, und das empfehle ich euch dringend, weil sonst sitzt ihr wirklich bei einem größeren Reich konstant da und gibt die Titel neu. Das ist wirklich mit das Schlimmste, was es als Negatives von diesem Verwaltungsreich gibt, auch wenn es sehr viel Positives, weil es eben dieses komplexe Menü bietet und diese ganzen Möglichkeiten, die wir gleich noch ein bisschen mehr sehen, aber viele haben wir ja schon geschaut, dann ist es sehr wichtig, dass ihr einfach sagt, okay, ich gucke mir die verschiedenen Gebiete an und gucke, dass ich da einen einsetze, der einigermaßen meinen Ansprüchen genügt. Bei manchen ist das Problem, dass die auch noch gar nicht eure Regierungsart haben, was immer sehr lästig sein kann. Hier zum Beispiel Verwaltungsregierung hat die noch nicht, die Person ist noch Stamm, dann dürften wir nicht im Krieg sein und dann müssten wir eigentlich die ändern können, aber da kommt wieder das Stammproblem, die hat nämlich eine Stammesregierung und dann dürft ihr die nicht verändern. Extrem ätzend mit Stamm ist es wirklich brutal, aber muss man warten, bis sie sich formalisiert, damit das Wort vorangeht. Aber nehmen wir einfach mal SAP. SAP hier als Beispiel ging ja, nur ihr seht, diese Leute sind einfach nicht geeignet. Das heißt, ihr müsst jetzt gucken, dass ich ihn hier bei SAP Kandidatur lenken, dann könnt ihr hier immer auswählen, wobei lenken, dann geht ihr auf SAP, ihr merkt schon, Micro Management ist hier auf jeden Fall größer geschrieben, geht auf SAP, gibt genug Einfluss aus, wenn ihr da vorne sitzt und jetzt seht ihr hier statt des roten Symbols einen schönen Daumen hoch, ein grünes Symbol und damit vermeidet ihr und ich glaube, das haben viele das Problem, ich hatte es auch jetzt in Maghreb, vermeidet ihr, dass diese Titel immer wieder in eure Hand zurückgehen, sondern dann kommen die Kandidaten von selber ran, weil sie eine höhere Eignung haben als ihr. Dann müsst ihr dafür sorgen, dass eben diese roten Symbole, die ihr hier seht, verschwinden, indem ihr jeweils immer mal wieder Einfluss abgibt. Da, wo halt leider Stammesreiche sind, so wie wir es hier sehen, hierher werdet ihr nichts machen können. Ihr seht das hier bei den Verwaltungsreichen ist das relativ easy, bei Foldal geht es auch noch, aber bei Stammesreichen werdet ihr immer wieder die Sachen zurückbekommen. Einzig positiv bei den Stammesreichen ist, die gehen euch aber auch nicht auf die Nerven, die können niemals rebellieren mit ihren zwei Rittern. Von daher ist das vielleicht der Vorteil dabei. Natürlich könnt ihr vor allen Dingen auch, wie ich es eben gezeigt habe, wenn ihr hier aufs Kaiserreich geht, einfach die Personen, die in der Nachfolge sind, direkt selber anklicken und alle Sachen hier, verschiedene Sachen ausführen. Ihr könnt zum Beispiel deren Regierungskunst untergraben, was auch dazu führt, dass die Wertung schlecht wird. Ihr könnt den Status herausführen, sodass ihr Einfluss stehlt. Ihr könnt, wie gesagt, auch schmähen. Dadurch wird die Person halt auch im Kandidatenwert schlechter. Das sind alles diese Komplotte, die politischen Komplotte, die dafür da sind, halt wirklich eure Stadthalter entweder bei Laune zu halten, herabzusetzen oder eure Nachfolge einzusetzen. Plus eben das Stadthalter absetzen. Das heißt, nichts anderes als Titel eigentlich nehmen. Ihr könnt aber auch natürlich die Regierungskunst stärken. Das könnt ihr aber wieder nicht bei Kindern machen, wenn ihr hier reinschaut. Das kommt erst später. Ihr könnt hier aber Regierungskunst unterreisen machen, denn ihr habt einen neuen Titel, den ihr jetzt immer vergeben könnt und das wäre ein Stadthalter-Titel. Den können wir jetzt zum Beispiel bei dieser Person sehen. Der ist ein Stadthalter, gibt verschiedene Boni und wirkt sich wieder auf eure Stadthalter-Wertung aus, um eben besser in diesem Spiel zu sein. Und da könnt ihr halt wirklich anhand dieses Menüs alles eigentlich manipulieren, wie ihr lustig seid. Das ist ja so ein bisschen auch dieses Thema der Verwaltungsregierung. Müsst ihr aber nicht unbedingt, wenn ihr es im Griff habt, so wie ich es hier getan habe mit eurer Familie, seid ihr ja immer in der sicheren Seite und könnt es eigentlich so gut wie komplett missachten. Denn mein Tipp ist, wenn ihr dann alt seid und merkt, okay, jetzt langsam geht es Richtung Ende, ich bin nicht irgendwie durch einen Giftpilz gestorben bei 2%, dann versuche ich jetzt mein Erbe so weit zu regeln. Wenn ihr unendlich Einfluss habt, wie ich das jetzt hatte mit den 9000 eben, dann könnt ihr natürlich kein anderer mehr hier hinterher kommen kann, so dass ihr euren Lieblingskind, Verwandten, wie auch immer, hier einsetzt und das wirklich erbt. Wichtig ist aber immer diese Machbarkeit durch die Themen, denn diese Themen, wie gesagt, beherrschen dann die Gebiete. Denn diese Person ist jetzt einfach der Herzog, also der Stadthalter dieser Provinzen hier, der Krumerie zum Beispiel. Und diese beiden werden jetzt für immer von ihm gehalten werden und er hat dafür auch die Verwaltungshoheit. Und worauf will ich hinaus mit dem bisschen hinher springen? Ja, hinaus will ich darauf, dass er mit all diesen politischen Sachen, die wir eben gezeigt haben. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Person hier anklippt, könnt ihr natürlich konstant als Kaiser alles manipulieren, was ihr wollt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, das ist euer Lieblingskandidat hier jetzt von SAP, dann könnt ihr seine Regierungskunst fördern, indem ihr den unterweist. Ihr könnt ihn aber auch schmähen, um eben seine Kandidatur geschlechter zu machen. Ihr könnt die Nachfolge regeln, so, dass ihr einen Nachfolger drin habt, der einfach super coole Stats hat oder das euer bester Freund ist oder eben irgendein Kind, was ihr da gerne haben wollt, was vielleicht die passende Religion hat. Wer hat der andere Kandidat, der dahinter wäre, nicht die richtige Religion oder hasst euch, wie zum Beispiel diese Person. Dann könnt ihr wirklich konstant mit all diesen politischen Ränkespielen halt spielen. Das müsst ihr aber nicht. Und das ist das ganz Coole. Ihr müsst es nicht tun, aber wenn ihr Bock auf Min-Maxing habt, könnt ihr hier reingehen und euch in jedem vasallen Stadthalter-Tum den besten Vasallen und besten Nachfolger auswählen, solange ihr eben genug Einfluss habt als Kaiser. Als Stadthalter selber könnt ihr das natürlich auch machen. Ihr könnt nicht die Anweisung geben und sowas wie einen Kaiser, aber ihr könnt auch da die Statusherausforderung machen. Ihr könnt den fördern, ihr könnt auch Leute dazu zwingen, sich abzusetzen, also abzutreten, weil ihr dann zum Beispiel jetzt hier wäre diese Person der Nachfolger und das wäre jetzt euer Charakter. Dann könntet ihr den jetzigen Stadthalter, das wäre jetzt hier dieser Badder, einfach dazu sagen, hör mal, geh bitte runter. Dann muss man natürlich entsprechend Gravitas haben, also Stadtverwalter Macht haben. Man muss eine Position haben, man muss besser sein, man muss sich vielleicht ein bisschen geschmält haben. Dann könnt ihr auch Themen, also Stadthalter-Tume, Herzog-Tume, auch übernehmen innerhalb des Reiches und so eure Macht immer weiter ausbauen, ohne direkt Kaiser zu sein. Das kann der Kaiser hier jetzt natürlich nicht direkt, weil der Kaiser selber halt dafür alles andere hier lenken kann. Noch kurz zu dem, was wir eben mal hatten, Provinzverwaltung anpassen, auch da könnt ihr ja rumspielen. Auch das ist wieder, passt zu dem gleichen Thema, nämlich ihr müsst es nicht. Ihr könnt es einfach auf Misch lassen, habt ihr ein ganz balanciertes Ding, habt ihr aber irgendeinen Grenz-Stadthalter, der halt sehr oft angegriffen wird und euch einen coolen Vorteil bieten soll, dann geht ihr hier zum Beispiel auf Grenzverwaltung, dann könnt ihr den in den Krieg auch rufen, schaltet die Interaktion, ruf in den Krieg frei. Hier ist dem Lehnsherrn, also uns als Kaiser erlaubt, den Basalen aufzufordern, einem fremdländischen Titel mit Herzogtum Rang den Krieg zu erklären. Was extrem cool ist, da könnt ihr einfach dann diesen Grenzherren fehlen, Krieg zu erklären und loszulegen. Sehr, sehr gut und schaltet den Kriegsherzogtum Erweiterung frei. Dadurch könnt ihr euer Herzogtum eben, ja wie der Name sagt, erweitern. Das könnt ihr mit anderen Sachen hier genauso machen. Wenn zum Beispiel hier entsprechend der Kriegsführung wird die Stadthalter-Effizienz erhöht, die können besser militär ausheben und dadurch euer Kriegsvolk auch, wozu wir noch als letztes gleich kommen, besser buffen. Und bei Marien ist es, dass ihr deutlichen Küstenvorteil kriegt. Das sind 150%. Ihr könnt Rufe in den Krieg wiederstellen, was wir eben schon mal hatten und Marineherzogtum erweitern könnt ihr auch noch, wodurch ihr über Wasser hinweg dann Marineherzogtümer erobern könnt. Das könnt ihr alles selber bekommen, wenn ihr Herzog seid oder ihr könnt es halt als Kaiser verteilen, so dass eure Vasallen ganz euren Vorstellungen entsprechen. Genau das eben mit diesen Anweisungen auch. Das ist wie gesagt alles ein das muss nicht, aber es ist halt die Möglichkeit, die dieses Reich bietet im Gegensatz zu allen anderen Verwaltungsarten, denn hier müsst ihr wirklich oder könnt ihr wirklich eure Vasallen zu euren Traumvasallen aufwerten, denen die Aufgaben zuteilen, die ihr wollt und das ist schon sehr, sehr cool und ergibt auch Sinn, denn das rechnet sich danach auch alles in eure militärische Stärke ein. Aber bevor wir zur militärischen Stärke kommen, noch ganz kurz zum letzten, zum Adelsfamilien. Wir haben ja all die Provinzen hier, wir sehen, hier sind die mächtigen Adelsfamilien. In Byzanz sieht das viel chaotischer aus, bei uns gibt es einfach nur uns, 885er Wertung und die nächste Familie, ihr seht jetzt hier mit Anzahl der gestaltenden Stadthalter-Tümer sind wir bei 900 und wir haben sehr viele lebende Mitglieder und unsere nächste Familie ist einfach nur bei 106. Ab 40 geltet ihr als mächtige Familie und erst dann, das ist wichtig, erst dann bekommt ihr auch das Anwesen. Das Anwesen, dazu kann man natürlich Ähnliches sagen wie beim Lager der Abenteurer, habt ihr verschiedene Gebäude, diese Gebäude könnt ihr verschieden ausbauen. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel die Werkstatt, da könnt ihr immer Geld verdienen, dann könnt ihr aber die Bauzeit verringern oder ihr könnt Baukosten verringern, kriegt dafür aber nicht die bessere Inspiration hier und hier ein ähnliches Prinzip kriegt bessere Inspiration, mehr Geld, aber dafür nur mehr Prestige und weniger Bauzeit. Müsst dann immer schauen, was passt euch am besten, was findet ihr gerade am interessantesten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit mir mal reinschaue, dann sehen wir, das ist schon weiter ausgebaut, weil wir schon Gutsherrschaft in unserer Kultur fertig haben. Wichtig ist nämlich, das Hauptsache ist nicht wie ein Abenteuer, wo ihr einfach bis zum Ende durchbauen könnt ohne Gnade, was sehr, sehr, sehr krass ist, weil das hier auch schon sehr stark ist und ihr müsst immer die entsprechende Forschung haben. Für die dritte Stufe braucht ihr schon Gutsherrschaft. Wenn ihr die vierte Stufe haben wollt, braucht ihr schon Verstädterung. Also das kann man erst im Hochmittelalter bauen. Im Frühmittelalter kommt ihr nur bis hier. Dann könnt ihr ähnlich wie beim Lager auch hier oben Erweiterungen ausbauen, die verschiedene Vorteile bieten. Da gibt es manche, die sind halt besser, manche sind schwächter. Ich möchte die auch ein bisschen bekannter geben, ein bisschen Verwaltung dazu, sehr stark. Kann man aber nur mit dem Vermächtnis, das neu hinzugekommen ist, freischalten. Dann gibt es etwas ganz Standardmäßiges, wie zum Beispiel hier das. Einfach nur steht, die Kosten sind günstiger vom Festmahl und der Meinungsgewinn kommt hinzu. Und so könnt ihr über die Generation, das Ding geht nicht kaputt, solange eine mächtige Familie bleibt. Wichtig, ihr müsst eine mächtige Familie bleiben und weiterisch bleiben. Nicht Clanart oder Forderheit annehmen oder sowas, sondern hier drin bleibt das konstant in eurer Hand und eure Familie beziehungsweise euer Nachfahre wird dieses Anwesen auch immer übernehmen und ihr habt da wie gesagt ganz viele tolle Möglichkeiten euch anzupassen, Entwicklung zu pushen, richtig viel Geld zu generieren. Also wir generieren hier wirklich, ihr seht es, wir sind hier 100 Jahre drin, und wir haben wirklich konstant immer über 1000 gehabt, wir haben schon viele Sölden angeheuert, alles. Das geht sehr, sehr gut, macht sehr viel Spaß, ist auch sehr belohnt, auch wenn es nur ein paar Klicks sind, ist es sehr belohnt, sich zu überlegen, was könnte ich hier anbauen, wie kann ich mein Geld, meine Entwicklung fördern. Ich würde schon sagen, dass das Anwesen sehr stark ist, auch schon ein bisschen im Balance ist in der Weise, wenn wir überlegen, dass wir 17 pro Monat haben und wir haben alle Armeen gerade ausgehoben, die wir haben, wir sind nämlich gerade hinten im Krieg, 10.000 Armeen, die wir ausgehoben haben, trotzdem sind wir bei 17 plus und wir sind halt bei Gebäuden, wie ihr sehen könnt, überhaupt nicht hoch aufgebaut oder sowas. Das bedeutet, dass wir einen extrem starken Vorteil durch dieses Anwesen haben. Es macht extrem Spaß, ob ihr jetzt Herzog seid oder Kaiser oder König seid, das ist total irrelevant. Hauptsache seid eine mächtige Familie mit mindestens einer Wertung von 40 und seid dann hier mit drin, sodass ihr so ein Anwesen bauen könnt, habt ihr einen massiven Vorteil, wenn ihr das gut ausbaut. Sollte man unbedingt mitnehmen, macht sehr viel Spaß. Und als drittes und letztes, zumindest, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber generell als letztes sagen wir es einfach mal, kommen wir zu den Kaiserarmeen. Dazu habe ich ja auch schon mal im Video ganz kurz was gesagt und auch diese Mechanik ist halt einfach super cool. Jedes Einzelne von euren Themen, das könnt ihr hier unten sehen, kann Kriegsvolk bereitstellen für die gesamte Regierung. Ich zum Beispiel persönlich habe hier im Großreich, weil wir jetzt gerade das Kaiserreich haben, habe ich noch nichts gebaut. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, kann sagen, ich würde gerne hier ein schweres Fußvolk reinsetzen, kann die erhöhen. Und jetzt kann jeder, jeder die kaufen mit Einfluss, sodass er die für den Krieg benutzen kann. Zum Beispiel sehen wir hier unten, habe ich diese drei schon gekauft. Blau bedeutet, ihr habt schon gekauft. Grün heißt, sie sind noch frei und Rot heißt, die könnt ihr gerade nicht nutzen, weil die selber im Krieg sind. Ich kann jetzt hier auf der Herd gehen. Diese Person muss ich gar nicht fragen, also ihr müsst keine gute Laune haben oder sonst irgendwas. Ihr könnt dann einfach hier auf Truppenanforderungen gehen, bezahlt den Einfluss und müsst die Truppen dann nur noch einfach mit eurer Flagge ganz standardgemäß hier ausheben. Sehen wir, dass jetzt diese Truppen, diese 55 Reiter hinzugekommen sind, plus das schwere Fußball, was wir jetzt gerade ausgehoben haben. Und jedes einzelne von diesen Themen, das ist zum Beispiel Fes gehört uns ja, das Kaiserreich gehört uns, eigentlich auch mal das Königreich, ist aber jetzt weggenommen. Und dann könnt ihr jedes einzelne von diesen Themen diese Kriegsvölker bauen lassen. Und ihr seht zum Beispiel Tal-Li-Falt oder wie es heißt, die Armee ist schon bei 900 Kriegsvölker. Jetzt rechnet mal, wenn jede von euren Themen, die wir eben eingeschaltet haben, sagen wir einfach nur mal, um es mal als fiktiv zu machen, 10 Themen machen jeweils drei Armeen A3, also 900, sagen wir jetzt einfach mal. Das sind 9000 Kriegsvölker, die ihr da bekommt und die ihr euch jederzeit für ein Apel und ein Ei von Einfluss einfach anwerben könnt. Wir sehen hier bei Slam Kensen 700, also ab 200 und 400. Das heißt, ihr könnt hier eine Armee aufsetzen, wenn ihr gut euer Reich auch mit aufbaut und zusammen mit eurem Stadthalter verwaltet und die dazu bringt auch mit dieser Verwaltungsanforderung, zu sagen, ich habe eine Vasallenanweisung hier in diesem Bereich, mach mal Kriegsvolk bitte, verstärken oder rekrutieren. Dann würde diese Person versuchen, mit seinem Geld vor allen Dingen das zu tun und dann hätten wir nachher vielleicht von Kanarischen Inseln oder hier von diesem Krummeri oder was auch immer, hätten wir dann neue Armeen und jedes davon würde immer stärker werden. Gerade halte ich persönlich sogar noch die Kanarischen Inseln. Ich kann also die Kanarischen Inseln auch selber hier einfach nochmal Fußgut reinsetzen, den ich Stadthalter-Tümer als Kaiser nicht verteilt habe. Könnt ihr auch einfach selber tätig werden und sagen, ich möchte jetzt reintun. Einzige Sache, woran man da denken muss, ihr müsst die selber auch immer bezahlen. Also der Unterhalt, den ihr von euren verschiedenen Stadthalter-Tümen, die ihr haltet habt, die müsst ihr auch wirklich selber bezahlen. Also wenn ich hier Kriegsverein sitze, muss ich den Unterhalt auch bezahlen. Aber es ist extrem stark. Ihr rechnet einfach mit zehn Stadthalter-Tümen oder rechnet mal, wenn ihr wirklich ein riesiges Kaiserreich seid, das hier noch über diese Sphäre weit hinausgeht, dann könnt ihr auch mal 20, 30 Stadthalter-Tüme eingesetzt haben, habt die ein bisschen aufbauen lassen und könnt dann einfach mal rechnen, wenn ihr 30 mal 3, also 30 mal 9 sind es ja dann eigentlich rechnet, das ist sehr viel Truppen, die ihr da bekommt. Das sind 27.000 und das ist ja nur eine erste Stufe. Ihr könnt ja mit den Forschungen, die ihr herbekommt, auch weiter mehr Kriegsvolk aussehen mit den Haustruppen zum Beispiel. Und dadurch kommt in dieser kaiserlichen Armee immer mehr zustande. Und das ist wieder etwas. Das könnt ihr ignorieren und einfach warten, dass sie das aufbauen und euch einfach die nehmen, die da kommen. Ihr könnt aber auch aktiv sagen, dass es gute Leute sind, die viel Geld verdienen, die intelligent sind, die gut sind als Vasallen und aktiv hier auch die Truppen aufbauen und euch mit massiver Armee versorgen, die euch halt dann eine Armee gibt, die es sonst nicht mehr gibt. Deswegen ist auch Byzanz momentan so stark. Ihr seht schon, was wir hier alles für Kriegsvolk haben. Sowas kann man sich schon leisten. Dazu kommt noch ein Video, das werdet ihr dann nochmal sehen. Sehr lustig. Aber man müsste halt viel mehr arbeiten. Man müsste halt viel genauer und spezifischer sein Reich entwickeln. Hier haben wir nicht viel entwickelt und trotzdem haben wir all diese Truppen. Und das ist auch der Grund, warum Byzanz in jedem Savegame seit dem Patch sehr stark ist. Deswegen auch immer diese Truppen hier so ein bisschen hin und her schwanken, weil diese Truppen, halt mal da bitte, diese Truppen konstant von seinen Stadthalten aufgebaut werden und die kann er dann jeweils immer herausheben. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ganz kurz ein paar Kleinigkeiten. Nummer 1, ihr könnt die zentralisierte Verwaltung immer als ein Reich annehmen. Ihr müsst auf jeden Fall diese Dinge hier unten erfüllt haben. Ihr müsst groß genug sein. Eure mächtigen Vasallen müssen euch mögen und so weiter und so fort. Das müsste auch keine Stammesregierung sein, wie ihr hier sehen könnt. Es muss entweder feudal oder clan sein. Dann kostet es sehr viel Geld und sehr viel Prestige und dann könnt ihr diese Regierung einfach annehmen. Das geht mit allen, solange ihr eben diese ganzen Bedingungen hier unten erfüllt und kein Stamm mehr seid. Hier am Ende seht ihr nochmal, wie chaotisch das Ganze in Byzanz auch aussieht. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Da sind natürlich viel mehr Familien, die sind auch extrem schlecht in ihren Wertungen. Um eben als mächtige Familie aber aufzusteigen, müsst ihr den erwähnten Wert haben. Deswegen waren bei uns halt so gut wie keine Familien da, die in irgendeiner Form Adelsfamilie oder mächtige Familie sind. Und am Ende, wenn ihr sehr viele habt, sind immer fünf mächtige Familien da zu finden. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, mehr kann es nicht geben. Ansonsten nur noch das Einzige, was halt Byzanz noch anders hat, ist, dass ihr auch Wagenrennen vor uns streiten könnt, aber nur, wenn ihr der Kaiser seid. Also sonst bringt das gar nichts. Und da könnt ihr halt Einfluss, Legitimität und Gold sogar gewinnen und könnt dadurch auch eben neue Hofämter einsetzen, die es sonst nicht gibt. Nämlich den Oberäunuchen durch die griechische Kultur, den Buchmacher und den Wagenlenker, Vorstreiter. Die geben euch jeweils wieder Einfluss und können halt in Wagenrennen benutzt werden oder als Beunuch halt die Renkespiel-Dinge nochmal verbessern. Mehr ist, ja doch, es gibt schon noch andere Sachen wie Besseres Kriegsfeuer und so weiter. Byzanz auf jeden Fall sehr angepasst daran. Am besten eine Mischkultur vielleicht damit anstreben, wenn ihr ein Verwaltungsreich führen wollt. Oder eben nicht. Müsst ihr nicht unbedingt. Um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir haben drei Ebenen, die das ganze Verwaltungsreich zu einem extrem tollen Spielplatz, ja halt für Minmaxer machen, aber auch für Leute, die so merken, dass gewisse Mechaniken sehr gut exploitet werden können, um halt einen sehr starken Machtzuwachst zu haben. Wir haben die erste Ebene, eben die Stadthalter, wo ihr euch wirklich mit jeglichem politischen Komplott, Überfall auf so ein Anwesen ist, wo ihr die Leute schmähen könnt, deren Status herausfordern könnt, deren Einsetzungen in verschiedenen Stadthaltertymen manipulieren könnt, wo ihr euch richtig, richtig austoben könnt mit politischen Kalkülintrigen und den Lieblingsversalen zum Nachfolger in seinem Lieblingsherzogtum zu machen. Da könnt ihr alles regeln. Und ihr habt halt die Möglichkeit, eine Primogenitur, wenn ihr es einigermaßen gescheit macht, schon 867 einzurichten. Erwartet aber nicht, dass ihr 867 oder 870, wenn ihr Kaiser werdet, in Byzanz, dann auch im Dauer auf Kaiser werdet. Versucht lieber dann ein Stadthaltertum, also ein Herzritum zu halten, da erstmal viel Power zu erringen, also eure Familie zu verbreiten innerhalb Byzanz und dieses Verhaltungsreichs und dann eben auf die nächste Ebene zu kommen. Macht sehr viel Spaß. Ich glaube, da sind gerade so RP-Leute oder auch Leute, die einfach Minmaxen in so kleinen, basalen Geschichten sehr, sehr gut aufgehoben. Für uns Leute, die einfach sagen, ich will die Büro und Zahlen, ist der zweite Punkt sehr wichtig. Das Anwesen, massiver Geldvorteil, massiver Vorteil für Lebenswandel, für Einflüsse halt, für Pestmärder zum Beispiel, für Stats an sich, also Werte an sich, für Bauzeiten, Baukosten, also ganz viele Leute, die ihre Wirtschaft schön aufbauen wollen, ist so ein Anwesen ein absoluter Traum, weil er über Generationen weggegeben wird. Das könnt ihr nur verlieren, wenn ihr keine mächtige Familie seid oder kein Verwaltungsreich mehr seid. Ihr könnt damit sehr viel Geld scheffeln. Ein absolutes Highlight auch für die Leute. Und als drittes, die Kriegstreiber unter euch halt eben diese Kaiserarmeen, die, wenn ihr gezielt versucht, gute Stadthalter einzusetzen, die euch konstant irgendwelche Truppen zuweisen, dann könnt ihr diese Truppen, wie ihr hier sehen könnt, mit ganz wenig Einfluss einfach alle nehmen und eine Armee aufstellen, wenn ihr relativ gut damit seid, die wirklich alles übertrifft und auch viel, viel stärker ist als alle anderen. Ihr müsst halt nur dafür sorgen, dass eure Stadthalter, die auch stationieren können, dass eure eigenen stationiert sind und dass die Stadthalter auch genug Geld haben und die zu unterhalten und aufzubauen, sodass sie auch wirklich eine gigantische Armee aufbauen können. Mir gefällt das sehr gut. Ich habe es jetzt noch nicht 20, 30, 40 Stunden gespielt, aber ich fand dieses Potenzial hier extrem hoch und ich glaube, es ist wirklich was für sehr stark fortgeschrittene Veteranen, aber auch für Neulinge, weil man sich auch im Herztetum sehr gut austoben kann, erst mal gemütliche Schritte gehen kann und halt für Veteranen super, weil man hier wirklich das kleinste bisschen rausholen kann, um eine extrem starke Armee, hier eine super Wirtschaft aufzubauen und halt wirklich sein Reich so zu gestalten, wie man selber will. Man muss beim Paradix einfach ein Lob geben, dass sowohl der Abenteurer, der zwar ein bisschen imbar ist, aber als auch dieses Verwaltungsreich eine sehr schöne Verzahnung im Spiel gibt, was wirklich viele neue Möglichkeiten bietet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Tutorial. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like da, abonniert, folgt bei Twitch oder kauft gleich mit meinem Partner bei Holy was. Da kriege ich auch immer einen kleinen Obolus von, da würde ich mich auch drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!